Yo, Spieltagsrückblick! Wir sind hier mit einem neuen Video, wie gesagt, Spieltagsrückblick zur NFL-Woche 9. Und lasst euch gesagt sein, wir hatten viele Überraschungen an diesem Spieltag. So, wie immer kommen wir am Anfang direkt zu meinen Tipps, falls es jemand nicht weiß, weil ihr neu seid oder so, unwahrscheinlich. Aber hey, jede Woche habe ich ein Tipp-Video, in dem ich die ganzen Spiele durchgehe und immer sage, von wem ich denke, dass er gewinnt. Diese Woche nur 7-7. Also das zweite Mal, glaube ich, dieses Jahr knapp einen negativen Rekord vermieden. Danke Cowboys an der Stelle. Insgesamt bin ich damit immer noch 81-54, also immer noch einen guten Vorsprung, weil ich ja sowohl die letzte als auch die vorletzte Woche, ich glaube, jeweils nur zwei Spiele falsch hatte und mir deswegen ein bisschen Vorsprung rausgearbeitet habe. Aber 7-7 ist natürlich absolut nicht das, wo man hin will. Aber ich bin mir auch sicher, dass viele von euch viele falsche Tipps hatten diese Woche, weil da ein paar Upsets dabei waren, auf jeden Fall. Wir reden über Upset und gehen direkt rein ins erste Spiel, auch wenn es nicht so wirklich ein Upset war. Für viele vielleicht nicht, für mich schon. Die Vikings haben verloren 23 zu 26 gegen die Chiefs. Und das Einzige, was es wirklich zu einem kleinen Upset gemacht hat, ist, dass logischerweise Patrick Mahomes nicht da war. Das heißt, die Chiefs mussten auf ihren Star-Quarterback, auf den MVP der letzten Saison verzichten und konnten trotzdem gewinnen gegen ein Team, das meiner Meinung nach eins der besten NFC-Teams sah. Natürlich schwer, weil die NFC so, so, so dicht ist an der Spitze, aber die Vikings sind nach wie vor richtig stark. Und die Chiefs haben damit jetzt gezeigt, hey, wir sind nicht nur Patrick Mahomes. Wir sind insgesamt immer noch ein verdammt starkes Team mit Andy Reid und generell mit egal, wer da Quarterback ist. Bei solchen Sachen neigt man, oder neige ich zumindest persönlich, immer ein bisschen dazu, direkt zu entwerten, was Patrick Mahomes macht. Das heißt, klar, der hat seine flashy Plays und so weiter. Frage ist nur, würde er jetzt ein Team wie zum Beispiel die Raiders direkt in die Playoffs hieven und zu einem Favoriten machen? Oder wäre er da einfach so dieser klassische Quarterback, der hin und wieder krasse Plays hat? Das ist jetzt für mich ein großes Fragezeichen, wenn man sich anguckt, dass da Backups auf einmal mit den Chiefs Erfolg haben gegen so ein starkes Team wie die Vikings. Problem bei den Vikings ist, dass Adam Thielen die Hamstring-Verletzung, also seine Zerrung, da wieder aufgerissen hat. Das Problem bei Hamstrings ist immer, das, und da spreche ich aus Erfahrung und viele von euch werden das vermutlich auch selber kennen vom Fußball, vom Football, was weiß ich, man merkt irgendwann nicht mehr, dass die Verletzung da ist. Gerade bei einer Zerrung, du merkst nicht mehr wirklich, dass sie da ist. Du läufst normal, du joggst und alles fühlt sich normal an. Vielleicht machst du auch deinen einen kleinen Sprint und denkst so, ja, ich merke nichts, das ist geil, alles wieder weg. Aber die Verletzung ist immer noch da. Sowas kann sich richtig, richtig lange ziehen, bis es komplett ausgeheilt ist. Problem ist, wenn man zu früh denkt, das ist alles wieder gut, läuft man und reißt sich den ganzen Quatsch nochmal auf und ist direkt wieder am Anfang. Dadurch, dass man aber theoretisch schon mal sich wieder fit gefühlt hat, ist die Geduld ein bisschen weniger geworden. Das heißt, es fühlt sich alles nochmal doppelt so lange an, bis es dann wieder verheilt ist und da musst du noch ein bisschen mehr warten, um diese Extrazeit draufzupacken, die du draufpacken musst bei so einer Verletzung. Deswegen ist es das beste Beispiel immer für so eine Verletzung, die nicht wirklich wehtut, zumindest für Verletzungsverhältnisse, also jetzt nicht vergleichbar mit einem gebrochenen Knochen oder einem Bänderriss oder sowas, die sich aber richtig, richtig lange ziehen kann. Ich rede jetzt nicht von zwölf Wochen oder sowas, aber an Vikings Stelle, so in einem perfekten Szenario, würde ich den jetzt drei, vier Wochen schon mindestens rauslassen wirklich. Und das können die Vikings sich aber echt nicht leisten dieses Jahr, wenn die jetzt 6-3 sind und in der NFC, die, wie gesagt, gerade extrem dicht ist, versuchen müssen, vermutlich an den Wildcard ranzukommen oder die Division noch zu gewinnen, vorbei an einem starken Vikings Team, äh Vikings Team, Packers Team, mein Fehler. Das ist alles sehr, sehr, sehr verzwackt und ein super Beispiel dafür, dass Verletzungen nicht immer nur schlimm sind, wenn sie schmerzhaft sind. Not gegen Elend und die Bengals denken sich, jawohl, wir haben unsere Bei-Week gewonnen. Bengals jetzt das einzige ungeschlagene, ungeschlagene, hm, unverschlagene, nee, funktioniert auch nicht. Die sind das einzige Team ohne Sieg jetzt in der NFL, denn die Dolphins haben gewonnen gegen die Jets. Beide Teams stehen jetzt 1-7, beide Teams natürlich mal wieder in der Patriots-Division, geil. Sam Darnold sah nicht gut aus, das ganze Jets-Team sah nicht gut aus. Ich bin mir sicher, dass sie sich jetzt im Nachhinein nochmal mehr in den Hintern beißen werden, dafür, dass sie erstens einen dicken Vertrag an Bell und Mosley gegeben haben und zweitens niemanden wirklich weggetradet haben, außer Leonard Williams vor der Trade-Deadline. Denn das Team ist einfach nicht gut genug, um dieses Jahr irgendwas zu reißen, das Team ist nicht gut genug, um nächstes Jahr irgendwas zu reißen. Und dafür sind die Verträge zu teuer. Die Verträge, die man vor der Saison Mosley und Bell gegeben hat, sind welche, wo du sagst, ah, wir können eventuell dieses Jahr angreifen Richtung Playoffs, das Jahr danach müssen wir dann in den Playoffs sein und können angreifen Richtung Super Bowl. Ich weiß, es ist ein bisschen optimistisch gedacht, aber 80% der Teams denken optimistisch. So ist es einfach. Du kannst nicht gegen die Dolphins verlieren in so einem Jahr, wo die Dolphins selber eigentlich alles dafür tun, außerhalb vom Platz, um zu verlieren. Was ich mit außerhalb vom Platz meine, ist, die traden Leistungsträger weg und haben vielleicht auch nicht immer den ultimativen Drive von verletzten Spielern so früh wie möglich wiederzuholen und sowas. Da spielt Fitz Magic, meine Fresse. Du kannst... Also Jets, wir haben drüber geredet, als Sam Darnold wiederkam, von wegen, oh, jetzt können sie eventuell diesen Schwung nutzen, können nochmal angreifen. Dann haben sie die Cowboys geschlagen und alle haben gesagt, oh, Sam Darnold ist da, jetzt geht's richtig los und jetzt ist alles wieder vorbei. Ich habe mal Argument gehört, dass das Patriots-Spiel mehr Schaden angerichtet hat, als man gedacht hat gegen die Jets oder bei den Jets. Glaube ich nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass Adam Gaze furchtbar überhypt ist, obwohl er nicht mal Hype hat und dass die Jets wirklich ein echt nicht gutes Team sind. Ja, Dolphins... Man hat jetzt halt 0-16 vermieden, das ist cool, aber ich weiß auch nicht, ob man da wirklich froh drüber sein kann, jetzt über diesen einen Sieg. Titans-Panthers. Zwei Sachen hierzu zu einem Spieler auf beiden Seiten. Erstmal, Tannehill sieht gut aus. Tannehill kann nach wie vor ein Starter sein in der NFL. Tannehill wäre, glaube ich, der erste Kandidat, den ich nächstes Jahr als Team mir angucken würde, wenn entweder ich eigentlich einen Quarterback draften wollte und das nicht geklappt hat oder ich in der Free Agency einholen wollte und das nicht geklappt hat oder wenn sich dann der Starter Anfang des Jahres verletzt, dann ist Tannehill, glaube ich, der erste, auf den ich gucken würde, zumindest wenn du wirklich ein gutes Team hast, wo du denkst, ja, mit einem fähigen Backup-Quarterback, der jetzt bei uns Starter wird, kann das was werden. Wie gesagt, Tannehill der Erste. Ich denke, dass Spieler wie Teddy Bridgewater zum Beispiel in der Offseason ein neues Team finden werden. Bei Tannehill bin ich mir da nicht so sicher, aber auf jeden Fall sieht er gut aus und die Entscheidung, ihn als Starting-Quarterback zu haben, gefällt mir. Habe ich auch, wie gesagt, vor der Saison schon angedeutet, aber er hat sich bestätigt alles. Bei den Panthers, Christian McCaffrey hatte wieder ein dickes Spiel. Ich glaube, er wäre beinahe bei mir NFC-Offensivspieler der Woche gewesen und das ist dann nicht, vermutlich auch teilweise, weil es langweilig wäre, ihn immer zu haben. Ich glaube, langsam kommt der Punkt, das ist immer so, wenn ein Running Back richtig gut ist oder häufig, dass wir über die O-Line reden müssen. Denn ja, Receiving Yards und sowas, alles schön und gut, das ist er komplett alleine, das macht er stark. Aber der lange Touchdown-Lauf von ihm jetzt in dem Spiel, bei den Titans, der ist theoretisch untouched. Warum sage ich, also erstmal, was heißt untouched? Untouched ist unberührt, logisch. Das heißt, er hat eine super Lücke, läuft da durch, ohne dass er sich durch irgendwelche Kontakte kämpfen muss oder dass er großartig Leute ausschifften muss. Warum sage ich theoretisch untouched? Er ist bis ins dritte Level und bis hinter das dritte Level gekommen, also bis quasi niemand mehr zwischen ihm und Anson steht, ohne berührt zu werden. Und dann wurde er halt eingeholt von jemandem. Deswegen ist es nicht wirklich untouched, aber es ist theoretisch untouched. Das ist so gut wie untouched. Dass er eingeholt wird, dafür kann ja die O-Line nichts mehr. Und wie gesagt, wir sind jetzt momentan am Punkt angekommen, wo man der Panthers O-Line zumindest im Runblocking echt richtig großen Credit geben muss. Und wenn das so weitergeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die nochmal angreifen Richtung Playoffs, zumindest was die Wildcard angeht. Aber wir haben schon drüber geredet, ich werde vermutlich im Power-Ranking morgen nochmal drüber reden. Die NFC ist einfach so stark dieses Jahr. Wieder mal. Lions Raiders, ein paar Schlüsse, die mir beim Spiel gekommen sind. Mir hat das letzte Playcalling oder der letzte Playcall überhaupt nicht gefallen. Kenny Golladay, Marvin Johns Jr. konnten gefühlt das ganze Spiel übermachen, was sie wollten. Beide über 100 Yards, Kenny Golladay bei nur drei Catches. Also starkes Spiel, mal wieder Stafford, starkes Spiel mal wieder. Der Pick, ich meine, den fängt der einmal in seinem Leben so den Ball. Da bin ich voll in Ordnung, so einen 50-50-Ball zu werfen, wenn er dann one-handed mit Kontakt gepickt wird. Krasses Play, muss man einfach so akzeptieren. Da kann man Stafford nicht nocken für. Also eher auch wieder ein nahezu perfektes Spiel. Warum zum Teufel kommst du in Goal-Line-Offense raus, vierter und zweiter, also von der Zwei-Yard-Line oder von der Ein-Yard-Line, wenn du einen Touchdown brauchst, wenn du weißt, das ist dein letzter Spielzug, wenn du die Lions bist. Niemand glaubt dir, dass du laufen willst. Erst recht nicht ohne Kerryon Johnson. Erst recht nicht, wenn dein Guard ausgefallen ist. Erst recht nicht, wenn deine Titans nicht besonders dominant sind im Runblocking. Niemand glaubt das. Alle wussten, dass da ein Pass kommt. Und dann wirft man zum dritten Teil end, weil der Zweite sich nicht gelöst kriegt und der Erste gedoppelt wird. So, das ist für mich einfach die Definition von dummem Playcalling. Die Argumentation dafür von mir aus, aber das gefiel mir einfach nicht. Andere Sachen, die mir aufgefallen sind, das sind beides keine Playoff-Teams, wirklich nicht. Die Raiders sind gerade eher am aufsteigen, die Lions wirklich eher am absteigen, das ist ein bisschen traurig. Aber ich denke, die Raiders können mit dem Run-System, was sie haben, die haben mit Abstand die schwerste O-Line und die pushen einfach alles Downfield. Die laufen nicht großartig viel Stretch oder Zone-Raids Seite zu Seite. Die laufen einfach Downhill. Die Line kriegt immer einen geilen Push. Das heißt, Josh Jacobs wird zum Beispiel, es sei denn, dass ein Buss nie im Backfield getackled oder nie für 0 Yards getackled, sondern immer, wenn dann, ist er erst so knackt bei 1, 2 Yards. Ganz viele davon bricht er auch noch, weil er ein wirklich richtig guter Running Back ist. Ich habe es schon mehrfach gesagt, das kann was werden die nächsten Jahre. Der Rikasa wieder gut aus. Ich glaube, letztes Jahr, warum er nicht so gut aussah, war, dass er zu viel machen musste. Und dieses Jahr ist er besser im System drin und ist ein bisschen mehr in dieser Game-Manager-Rolle, die er perfekt ausführt. Also das ist wirklich gut. Die Offense ist stark. Die Defense nicht so wirklich, hat man auch wieder gesehen. Am Ende hat es gereicht. Und Lions sind auch absolut kein Playoff-Team. Wären sie nicht mal in der AFC, nehme ich an. Das ist schade. Stafford ist so verschwendet an die Lions. Zurzeit gerade mal wieder. Er hat dieses Jahr, glaube ich, wieder, keine Ahnung, es nervt einfach. Der hat in der Karriere einen negativen Rekord in Spielen, wo er über 400 Passing Yards hat. Jetzt auch wieder in dem Spiel. Sowas zu verlieren ist einfach nur traurig. Ganz ehrlich, momentan wäre ich nicht mal mehr sauer, wenn er das Team verlassen würde. Als Fan würde es mich nerven. Ich würde es doof finden. Aber ich wäre, glaube ich, froh für ihn. Wenn er jetzt zu einem anderen Team geht, zu den Chargers von mir aus. Oder ich weiß es nicht. Denkt euch selber, euer Team. Zu einem guten Team. Und damit die Chance hat, zu gewinnen. Würde ich ihm absolut gönnen. Würde ich ihm, glaube ich, mehr gönnen, als dass er die ganze Zeit bei den Lions ist. Von mir aus, Stafford hat eine gute Karriere und dafür sind die Lions nochmal zwei Jahre mehr schlecht oder so. Aber das ist wirklich pure Talentverschwendung. Klassisch Detroit. Buccaneers, Seahawks, kurz paar Worte. Seahawks, vertikales Passing-System, DK Metcalf. Was man da zum Draft und kurz danach gesagt hat, passt einfach wirklich alles. Wenn ihr da bei mir schon Videos geguckt habt, habt ihr es definitiv gehört. Wenn ihr bei anderen Videos geguckt habt oder Artikel gelesen habt, dann habt ihr es eventuell gehört. Er passt einfach perfekt in dieses Play-Action-Vertical-System rein, was die bei den Seahawks häufig benutzen. DK Metcalf ist es jetzt. Russell Wilson, einer der besten Deep-Ball-Passern. Das hat man auch wieder gesehen gegen die Buccaneers. Auf der anderen Seite, die Buccaneers-Offense ist gut. Stellt euch mal vor, wie gut die wäre, wenn die eine funktionierende, also erstmal eine gesunde O-Line hätten und dann noch eine dominante O-Line. Wenn die ein dominantes Running Game hätten. Ich würde wirklich, nach dem Spiel würde ich jetzt sagen, lasst einfach James Winston noch ein Jahr Zeit. Beschützt die Line oder verstärkt die Line. Verstärkt das Running Game, was auch immer. Verstärkt die Defense. Juckt mich nicht. Auf jeden Fall kann die Offense richtig, richtig gut sein mit Mike Evans und Godwin und James Winston. O.J. Howard wäre cool, wenn er ein bisschen mehr eingebunden wäre. Jetzt natürlich nicht gespielt, aber hm. Und dann noch ein Wort. Overtime-Regel ist dumm. Ich hasse das. Haben wir auch schon mehrfach drüber geredet. Von mir aus College-Overtime. Von mir aus denkt euch komplett was anderes aus. Ich glaube, der Part, der mich am meisten stört, ist das mit dem Münzwurf. Dass einfach komplett zufällig entschieden wird, wer den Ball kriegt. Wenn man wenigstens sagen würde, es kriegt immer in Overtime das Auswärtsteam den Ball. Und die Regeln würden ansonsten genauso bleiben. Ich glaube, das würde ich schon besser finden. Aber, ja, gut, so ist es halt. Glücklicher Sieg für die Seahawks. Ärgerliche Niederlage für die Buccaneers. Packers gegen Chargers. Von dem Spiel habe ich nicht allzu viel gesehen, aber das werde ich definitiv noch in voller Länge nachgucken. Ich habe gesehen, Melvin Gordon war wieder gut am Start. Ich habe gesehen, Mike Williams ist nach wie vor ein absoluter Deep-Ball-Freak. Was der für Catches da auspackt, ist immer krass. Aaron Rodgers hat ein bisschen gestruggelt, hat aber auch nicht die Hilfe gekriegt, die er sonst gekriegt hat. Joey Bosa hat den Gameplan kaputt gemacht, offensiv, der Packers. Was ganz witzig ist, weil auch das Gleiche mir letztens in der Madden-Franchise passiert ist mit den Bills. Also, Joey Bosa ist wirklich momentan definitiver Top-3-Edge-Rusher. Das Interessante ist nur, dass sein Bruder vielleicht auch schon Top-3-Edge-Rusher ist dieses Jahr. Aber Joey Bosa sehr, sehr stark. Melvin Ingram hatte wieder ein bisschen besseres Spiel, nachdem er erste Hälfte der Saison nicht so wirklich reingefunden hat. Und ich meine, die Chargers stehen jetzt 4-5. Aber in der schwachen AFC ist da die Hoffnung definitiv noch nicht verloren, in die Playoffs zu kommen. Packers haben einen liegen lassen, sind jetzt 7-2. Gute für die ist nur, dass die komplette NFC North verloren hat. Vikings haben verloren, haben wir drüber geredet. Lions haben verloren, haben wir drüber geredet. Und die Bears haben auch verloren. Also letztendlich war es nicht wirklich schlimm für die Packers. Perfekter Zeitpunkt zum Verlieren. Letztes Spiel, über das wir reden, natürlich sind es die Patriots gegen die Ravens. Patriots haben verloren und damit haben wir jetzt nur noch ein ungeschlagenes Team in der NFL. Diesmal ist es wirklich ungeschlagen. Vorhin bei den Bengals habe ich aus Versehen ungeschlagen gesagt, aber diesmal ist es wirklich ungeschlagen. 49ers jetzt Nummer 1 generell. Ich fand nicht, dass die Patriots wirklich schlecht aussahen. Offensiv war ich verblüfft, dass sie zwei Viertel lang komplett ohne Punkte gehalten wurden. Erstes und letztes. Das hat mich überrascht. Defensiv war ein bisschen eine größere Überraschung. haben sie ein bisschen unvorbereitet gewirkt und das ist sehr interessant für ein Belichick Team, weil das eigentlich nie passiert. Und die Ravens haben vor allem auch nicht so viel bahnbrechendes neues Zeug gemacht. Zumindest für Ravens Verhältnisse. Generell im Vergleich zum Rest der Liga definitiv. Die Pistol Offense hat die Patriots gekillt und ich glaube, was sie auch ein bisschen kaputt gemacht hat, war die eigene Disziplin. Parma war es so, dass wenn Neu zum Beispiel die Edge setzt, also die Ecke setzt quasi, aufpasst, dass keiner nach außen kann, aber nicht mit Lamar Jacksons Athletik rechnet. Ich bin mir sicher, ob den Spielzug im Kopf, den ich auch im Kopf habe, wo er auf ihn zurennt und wenn Neu steht, so da, ja, hier kannst du nicht lang. Und gut, ist Lamar Jackson, macht einfach einen Sidesep und ist vorbei und hat drei, vier, fünf Yards Gain. Das ist halt wirklich einfach krank. Lamar Jackson wieder mit einem super Spiel. Insgesamt der Gameplan der Ravens, auch wenn da nicht allzu viel Besonderes passiert ist, hat mir gut gefallen. In-Game dachte ich einmal kurz, uff, jetzt haben die Patriots einen Weg gefunden. Ich glaube, kurz nach der Hälfte oder ich weiß nicht mehr, ob es nach der Hälfte war oder Anfang vom zweiten Viertel kamen die raus und sind von dem 3-4 umgeswitcht in 4-3 und da hat erstmal gar nichts mehr funktioniert oder ganz, ganz kurz gar nichts mehr funktioniert. Dann haben die Ravens selber systematisch was umgestellt bei sich und es war eine perfekte Antwort darauf. Also stark gemacht von Haber und seinem Team. Insgesamt 37 zu 20 sehr dominant und die Rushing-Performance, einfach Downhill-Running, natürlich mit sehr viel Window-Dressing im Backfield. Das hat am meisten beeindruckt. Als Team so einen hohen Average, ich habe ihn gerade nicht im Kopf, aber definitiv über 4 Yards pro Carry zu haben gegen die Patriots, gegen die Patriots-Defense dieses Jahr gerade ist einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Also starkes Spiel für die Ravens und schade für die ganzen Lamar Jackson und Ravens-Hater. Wir kommen zu den Spielern der Woche und ich habe mich echt schwer getan, gerade defensiv welche zu finden. Also es gab schon Wochen, da sind einem wirklich welche ins Gesicht gesprungen und wie immer, ich kann es nur betonen, defensiv kann es immer sein, dass ich wen übersehen habe. Also wenn ja, dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Aber gehen wir jetzt erstmal zu den Spielern, die ich gefunden habe. NFC-Offensiv ist es für mich Russell Wilson geworden am Ende. 378 Yards plus den einen Rush für 21 Yards, der auch sehr, sehr wichtig war, theoretisch. 5 Touchdowns und ein 133er Passer-Rating. Ich habe es vorhin gesagt, Christian McCaffrey wäre es beinahe geworden, aber so ist es Russell Wilson geworden, der eventuell momentan die MVP-Konversation anführt. Gerade dadurch, dass Aaron Rodgers jetzt ins Spiel rausgefallen ist. Also sagen wir mal, CMC und Russell Wilson sind für mich da ganz weit oben mit bei. NFC-Defensiv ist es geworden, Shaq Thompson, 11 Tackles, 3 Tackles, 4 Loss und 1 Sack. Wie gesagt, ist jetzt nicht die dominanteste aller Defensiv-Performances, aber eine der dominantesten, die ich gefunden habe in der NFC. AFC-Offensiv ist es geworden, Josh Jacobs im Spiel gegen meine Lions, 28 Rushes für 120 Yards und 2 Touchdowns. Starke Performance, auch jetzt nicht unglaublich stark, gerade gegen einen nicht so starken Gegner, aber wie gesagt, wirklich richtig krasse Sachen habe ich nicht gefunden. AFC-Defensiv ist es Minka Fitzpatrick, 7 Tackles und der 96 Yard Pick 6. Ich hatte auch kurz überlegt, ob es Butter Pre wird mit 2 Sacks und ich glaube einem Forst Fumble, aber so ist es jetzt Minka Fitzpatrick geworden. So oder so Stilas, juckt ja nicht, wer davon es ist, war? Alles klar, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr neu hier seid, dann zieht mal Betracht zu abonnieren, würde mir nämlich sehr weiterhelfen und mich gleichzeitig sehr freuen und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.